Herzliches Willkommen zu unserem neuen Projekt Worms Clan Wars. Mit dabei ist der Onkel von Gamer's Check LP. Ja, allöchen, meine lieben Freunde. Und der Noxy. G'moio, Leute. Und ich, der Dynamoman. Ja, der Asset ist leider verhindert, aber der wird in den nächsten Folgen dann auch mitspielen. Genau, richtig. So endlich geht's hier auch mal wieder weiter auf Gamer's Check LP, liebe Freunde. Und wir können jetzt hier bei Worms erstmal hier für diese Welt ein kleine, ja was machen wir dann, prähistorisch klingt doch gut. Aber kann man hier auch einfach random machen. Warte mal hier, Speichellandschaft laden, Landschaft mit aktuellen Einstellungen zufällig wählen, alle Landschaftseinstellungen zufällig wählen, zack. Das sieht auch gut aus. Na dann, weiter. Und los geht's. Ja, in Worms bin ich ziemlich schlecht, muss ich sagen. Was? Was ist das eigentlich? Ich werde bestimmt schön losen. Du bist doch nicht schlecht. Gesundheit. Als kleiner Taktiker von uns. Ja. Das ist nämlich laut gerade gewesen. So, wer ist denn jetzt wo und was? Ja, das sehe ich auch so. Schöne Pflanzen. Ich habe das komplette Gamer's Check LP Team hergestellt. Gamer's Check LP. Und ja, ich bin da als erstes dran. Na super. Hey, Onkel. Ja, Onkel. Okay, wie komme ich jetzt hier an die Waffen? Was hat... Warte mal. Du Scheiße. Was hat mich denn für einen Namen genommen? Ah, hier komme ich an die Waffe. Okay. Ich glaube, ich habe Peats wiederhergestellt. Was? Ich glaube, ich habe Peats wiederhergestellt. Warum? Von den Namen, von den Namen. Komm, ich mache erst mal hier, äh... Mache einfach, komm. Oh, vorbei, geschossen. Ha, das war der Hut. Hä? Oh, ich glaube, ich habe hier nochmal... Achso. Nein, jetzt lass mir die andere rein. Ich will das mal reinfitzen, mich. Scheiße. Das bin ich mir gewesen. Okay, der Maxi ist dran. Äh, wie kommt man sich nochmal... Wat? Peats, Alter. Mit der Maustaste bewegen. Nicht Peats mit. Also, ich habe lieber Werbung für meine eigene Gruppe gemacht. Äh, wie kommt man denn nochmal die Waffen auswählen? Ja. Also, ich habe ein Pad und deswegen... Äh, mit Tab? Nee. Nee. Hier. Umstelltaste. Was? Nee. Unterhaltung springen. Hä? SRG? Nee. Hä? Ähm. Nee, warte. Mit Tabulator? Nein! Äh. E? Ja. Nein. R? Nee. T? Äh. G? Äh. Wenn du... Wenn du... Wenn du... Wenn du... Wenn du... Warte. Ich schließe mein... Warte. Ich mache es anders. Guck. 60 Sekunden. So, Pad angeschlossen. Jetzt reicht's. So. Wie geht's? Wenn du ein... Hypsilon? Nein. Nein. Wenn... Hier, wenn du in Buchstaben großschreiben wirst, die Tab? Ey! Ich weiß nie, wie die hieß. X? Nee. B? Ah, B! Alles klar. B wie... Alles klar. Mit drin. Piu! Yo. Das wird bei einem fliegenden Wechsel, Leute. All... Ist klar. Okay, der Dynamo-Mann. Oh, Mann. Ich weiß, er ist Dynamo-Mann-Nummer. Ja, aber das werde ich auch machen, glaube ich, mit den Namen. Also, ab nächster Folge, wenn das dann normale Menschen sein. So. Ja, gut. Können wir denn... Ey? Nein! Uhu. Du hast Bram getötet! Glaube ich. Ach, das war... Ich bin aber auch gestorben, oder? War doch einer von mir dabei, oder? Ich weiß nicht, wer gestorben ist. Auf jeden Fall... Irgendwer war's. Wer's war, tut mir leid, liebes... Sind ja alle von Chaos-Jekal-P-Team. Okay, wen hab ich denn jetzt hier? Der Odin! Der Odin! Ganz klein. Okay, wie spring ich? Viereck? Ja, Viereck. Wieso ist Akko so fett? Was hast du mit dem armen Jungen gemacht? Alter. Ich komm nicht nach. Alter. Also, eine kleine Beschwerde an Akro. Weihnachtenbar. Wer ist das hier? Ist das... Ich seh nicht keinen Namen. Das ist Akro. Du musst näher ran. Ich seh keinen Namen. Ey, du musst näher ran. Oder siehst du Leben? Ach, jetzt seh ich's. Okay, ich hab vor uns irgendwie Select gedrückt. Okay, dann gucken wir mal da hoch. Wer ist denn Chris? Na, Pizmüh. Ach so. Ja. Ja, frag nicht. Oh, wir haben keine Zuge mehr. Was haben wir denn hier für Waffen? Was haben wir denn? Ich hab keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Ich hab doch keine Zeit. Ich hab doch keine Zeit. Oh. Oh. Oh, ja. Ja, find ich gut. Find ich gut. Ich sag's euch. Hurray! Ach, Uldine, bist du blöd? Hey, guck mal da. Ich mach jetzt einen auf Heisenberg. Oh, wir haben Gegenwind. Aber ein bisschen brech, ne? Ja, nee, nee. So, genau. Ja, nee. Ja, genau so. Nee, so find ich gut. Piu! Äh, der fliegt... Nein, der fliegt ein bisschen weit! Scheiße! Nein! Okay, ich glaub, er vernichtet sich grad. Okay. Scheiße, wir... Okay, ich bin nicht der einzigste Drottel, der sich selber kaputt macht. Wen hab ich hier... Nein, ich hab Jay und Kron getroffen. Nein! Ich bin der einzigste Drottel, der es schafft, seine eigenen Leute total auszulöschen. Aber... Was soll ich denn sagen? Scheiße. Wow. Ja, wir müssen rauskommen. Der erste Runde ist natürlich ein Fail. Oh, totaler Gegenwind, ja. Ah, das macht nix. Seine gesamte Truppe ist eh auf dem Fleck der Hände fixiert. Boah, dort steht Kronk. Ich muss den Namen ändern. Kronk? Frag nicht! Neben Pizza. Frag nicht! Schade, kleiner Fanboy, der Naxi. Boah, da fliegt das Ding... Boah! Mach das auch schon. Haha, du hast nen Deckel. Haha. Hättet mich jetzt... Oh. Oh, ich hab ein bisschen Dings. Oh, ist der dick. Ach ja, sag ich da, Agro. Hat die Weihnachtstage nicht gut überstanden. Agro, Agro. Geht, würde gut tun. Wo läufst du hin? Ich würde mich jetzt... Ich muss erst mal gucken, was das hier für Waffen sind. Das dauert so lange bis... Ich kenn die ja alle. Mega-Mörser. Ja, ich kannte den Mega-Mörser auch. Wenn die jetzt dran sind, kannst du die Waffen auch anschauen. Anke. Ach so, okay. Dann muss ich das das nächste Mal machen. Nach rechts sind Hilfsmittel und links sind Waffen. Ah, okay. Alles klar. I don't know. Okay, ich hab ein bisschen Dahinwind. Ich probier's mal. Ach Mann, ich zieh mir zu wenig auf. Scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Da bin ich früher schon immer als kleiner Bubi gescheitert, dass ich immer zu wenig aufziehe. Damals. Jedes Mal. Damals, wo du noch ein Neffe warst. Ja, bei Worms 1 damals. Oh, das krieg ich... Neee. Warte, ist das normal, oder? Ist das... Ja, schau. Das normale. Kannst du kurz was gucken? Ne, das geht da hinten los. Ich muss auch immer meine Wormer-Namen geben. Da hab ich, glaub, noch Playkosh hingemacht. Ne, das ist Sputnik. Kommt immer gut. Ne, dort Dynamito hab ich, aber mir auch nicht. Wie kriegt man denn hier Geld? Weil hier kann man irgendwelche Bomben kaufen. Kannst du in Pisten finden. Bombe! Oh scheiße. Okay. Ich glaube, das Spiel dauert einfach länger als gedacht. Eine Runde dauert 10 Minuten, Onkel, wie gesagt. Mal zwei, drei. Pro Person. Genau, jetzt ist eine Stande Dynamit, wäre es richtig. Aber wie wir jetzt auch alles selber bloß wegbämmen und gar keinen Schaden von den anderen. Ja, irgendwie schon. Ja, toll, ganz oben ist... Oh nein. Haha. Easy. Nein. Ich kann nicht schwimmen. Was hilft der auch? Ja, der kriegt Schaden. Pro Runde 5. Genau. Hier quietscht doch irgendwas. Wenn da im Wasser ist. Okay, wer ist das? Crashkrieg. Nein, nein, Mine, Mine, Mine! Mine! Piff! Die erste Serie müsste Fail-Runde. Also das muss man jetzt nur mal sagen. Das ist ein Münzpaket gewesen. Ich möchte knuddeln! Da kommt der Papa. So, was habe ich denn? Ach, genau! Au! Ja, warum denn nicht? Ach, schau. Määääääää! Wow. Au! Ja, 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 ja! Nein! 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 Warte, da kommt noch ein Ölbatzen. Das sieht aus wie ein Ölbatzen. Das ist Wasser, das sieht man doch. Wasser tropft. Ja. Wasser, Viskosität, 5W30. Hallo. 70W40. Alter. Oh, nee. Na, wer ist denn das? Nein, Chris! Tschüss! Eine Mine. Und so wird gute Mine zum bösen Flug. Tschüss! Yay! Ja, ja. Ach stimmt, Onkel hat hier so einen kleinen Krader reingebohrt. Genau. Das soziopathische Auffangbecken. Hallo? Ach, viel was springen. Hä, du hast ihn gerade... Ach man! Ach so, du hast den Dixver-Troller angeschlossen. Ah, ja. Ääähm. Oh, alter. Nein! Geh weg! Geh weg! Oh Gott. Au! 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 Oh, da kriegt die ganzen Sachen da... Ach nee, da ist auch... Ich kann doch nicht schwimmen! Au! Au! Alter, da war mal ein guter Zug für mich. Hör doch mal ein guter Zug, ein guter Zug! Oh Gott! Jetzt hab ich das gereilt für ein guter Zug! Du mein Kronk weg! Aber schön ist, du Kronk auch mal wieder in unserem Spiel. Kann man das wenigstens mit dem Text schreiben, Kronk. Du bist halt Assi! Als Betitelung, genau. Als Betitelung. Pies, Pies, Pies und Kronk am Start, genau. Boah, alter. Ich glaub, das gibt Ärger. Oh Gott, ich bin so fett! Moin! Alter, das sind wir die Dicken. Die Dicken machen halt Bad Damage. Ey, irgendwie sieht's aus wie Sissi Top. Irgendwie hat sich jetzt Dynamo gerade selbst zerstört? Nee, da ohne lebt noch einer. Nein, jetzt bin ich erst dran. Jetzt ist er erst dran. Ich hab noch sie. Jawohl, das kann ich hier machen. Nix. Auf jeden Fall nicht bewegen, nicht bewegen. Du hast auch ein Jetpack. Ja. Piu! Lass Sissi Top in Ruhe. Denen geht's gut. Den Sprung krieg ich hin. Boah, ich hab aber schon einen Titel. Sharpdressed Worms. Nein, warum dorthin? Ich kann nicht weg. Spür die Macht! Oh Gott, ich kann nicht weg. Piff! Ich glaub, ich bin komplett weg, oder? Ich hab nur noch meinen... Oh Gott, da ist noch einer. Oh Gott, toll! Toll! Das ist natürlich toll. Luftangriff. Ach komm. Hi! Au! Ich hab Frau und Kinder! Au! Da. Hä? Ich leb... Achso, ich wollte schon sagen. Gut, dritter Platz heute. Ja, immerhin Portigum. Das ging schnell. Ich hab nur zwei Angriffe überlebt. Der Rest ging an die eigenen Leute. Du musst hier gegen den Full Brawl Dynamo hier spielen. Ja. Ja, vor allem der eine liegt da unten auf der Landzunge und sonst nicht und der andere pisst da oben im Poolbecken rum. Boah, Schrotflinde. Oh, er hat gesagt, was er hat. Das hab ich auch gesagt, was ich hab. Echt? Ich hab nur gespürt, dass du einen Menschen, einen Wurm mit Frau und Kinder erschießt. Ach du Scheiße. Ach nein! Halleluja! Ernsthaft! Und er hat sie voll verkackt. Dynamo. Ähm, wir gehen jetzt mal auf die sichere Seite, liebe Freunde. Hier, Dynamo, weißt du, vorher sagt er so, ja, ich bin voll der Noob. Ich hau jetzt hier alle kaputt. Ja, toll. Geh fort. Ja, genau. Alter, wenn du jetzt der triffst, ich lach dich aus. Ich schwör's bei Gott. Auf jeden Fall. Da wird auf jeden Fall getroffen. So. Ah, verdammt. So, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ja, Leute, ich habe gewonnen. Oh Gott. So, dann würde ich sagen, machst du mal einen Abschluss, Herr Dynamo. Ja, das war jetzt die erste Folge. Gratuliere, Onkel, für den Sieg. Ja, die Revanche gibt's in der nächsten Folge. Natürlich. Macht's gut, Leute. Tschüss. 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 Vielen Dank.